Der Thera ist in meiner Zeit! Der Thera ist in meiner Zeit! Die Marga! Fertig? Let's cheer! Paintclaw, 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 Paintclaw Komm, wir treffen uns im Paintclaw, 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 Paintclaw Paintclaw, 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 Paintclaw Komm, wir werden uns im Paintclaw, 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 Paintclaw Ich find's gut, ist klasse, ja, echt toll! Total entspannt, total umfangreich, so was die Kunst hier geboten hat Die ganzen Künstler, ist total schön, vielfältig auf jeden Fall Und das Publikum ist auch mega gut drauf Geile Musik, guter Abend und ja, haben alle ordentlich abgeliefert, würde ich sagen Ja, ist schon ziemlich außergewöhnlich, aber ich glaub das liegt echt daran, dass alle so verschieden hier ihre Techniken anwenden Was denkt ihr, wer gewinnen wird? Also hier auf jeden Fall die Jungs auf der rechten Seite, würde ich sagen, ja Die finde ich ziemlich cool, ja Ich, ich sag die Bandits Ja, das sieht so aus, als ob das Konzept, wenn ich das richtig erkenne, was die da vorhaben, schon ziemlich gut ist, also leichter Vorteil Hier ist noch sehr abstrakt, wir sind gespannt, ob das noch ein bisschen filigraner wird Unsere Favoriten waren die ganze Zeit hier drüben Ich denke, ja, ich denke das wird auch so bleiben Ich glaub die machen das Rennen Konzept soll dich keine Ahnung, fangen wir das Dezibelmascherei Paint shift Komm wir treffen uns Paint correspond Paint Viral Paint vaccines Paint down Next session for you Paint up Paint up Paint up Next session for you Paint up Paint up Gott ist jetzt Paint up Panko, 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 Panko